Schaffi, Frohlich, Pädigree, die Morgane, die konnt's versteh, denn sein Geschmack ist selitär. Er is ja auch net irgendwer, von Freund zu Freund ein Leben lang und Rosamunde er verklang. Polka liebt er gar so sehr, auch Walzer schätzt er immer mehr. Da hundert meine Noten fressen und es hat ihm schmeckt, genüsslich hat er sich danach die Boten abgeschleckt. Das Üben hat sich dadurch binnen kurzer Zeit erschwert, die Sorgen wachsen, dass mein Hund sich schon gesund ernährt. Der Hund hat meine Noten fressen und es hat ihm geschmeckt. Genüsslich hat er sich danach die Boten abgeschleckt. Das Üben hat sich dadurch binnen kurzer Zeit erschwert, die Sorgen wachsen, dass mein Hund sich schon gesund ernährt. Es hat ihm geschmeckt, es hat ihm geschmeckt, es hat ihm geschmeckt. Es hat ihm geschmeckt, er hat die Noten fressen und es hat ihm geschmeckt. Genüsslich hat er sich danach die Boten abgeschleckt. Das Üben hat sich dadurch binnen kurzer Zeit erschwert, die Sorgen wachsen, dass mein Hund sich schon gesund ernährt. Ja.